Bleib in Deckung, wenn du da unten bist. Ja, los. 1-3 wartet. Feindlicher Konvoi. Platongröße. Kommen nicht zum Treffpunkt durch, verstanden? Roger. Haben verstanden. Sucht alternative Route und geht zum Treffpunkt Charlie. Out. Bleib in der Nähe. Wir nehmen die Perspektive. Lauf. Lauf. Weiter. 1-3-1. Feindliche Fußpatrouille kommt auf euch zu. Verstanden? Roger. Haben verstanden. Da ist er jetzt. Nimm dein Messer. Fuck, 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 fuck. Da kommt Messer an. Aaaaaaah. Ach du Scheiße, den haben wir erdolcht. Lauf. Nicht anhalten. Jetzt greifen sie uns von hinten an. Aaaaaah. Deckfeuer. Lauf. 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 Ah, jetzt sprengt er hier gleich den ganzen Tunnel weg. Boom. Ach, hier lang. Du kennst dich scheinbar aus, ne? Dein zweites Zuhause oder so. Ja, Monsieur. Geh mal weiter. Ich folge dir. Erdgeschoss rechte Seite. Erdgeschoss rechte Seite. Erdgeschoss rechte Seite. Na, nein. Wir sind hier. Wir sind hier. Okay. Schade, Mann. Ja, ich bin bei dir. Was jetzt? Da hoch? Okay, dann gehe ich jetzt da hoch. Mach schon. Geh da hoch. Scheiße. Wenn die uns sehen, sind wir tot. Darf ich das Feuer öffnen? Ja, mein Kollege kann mir doch mal antworten, dass ich feuern soll. Sonst noch wer mit ein paar Wünschen. Ja, los, Kempo. Jetzt geht's weiter, oder? Wer schießt denn hier so scheiße? Ah. Jetzt aber, komm. Ist immer noch einer. Los, Kempo. Du weißt, wo's lang geht. Da, die Treppe. Wir können zur anderen Seite des Blocks rüber. Eins, drei, schwimmt euren Arsch sofort rüber zum Kaufhaus. Verstanden? Out. Schreit Kaufhaus ins verfickte Funkgerät. Können Sie ihm noch gleich eine Karte für den Hinterhalt zeichnen? Ah. Okay. Das ist auf der anderen Seite der Gebäude hier. Wir kürzen hier durch ab. Scheiße. Halt dich bereit. Ach, du Kacke. Das ist es. Das ist der Scheißraum. Wir haben das gemacht. Haben wir eben gesehen. Hier haben wir so einen schönen Videoclip gedreht. Oh, scheiße. Misfit. Hier Misfit 1-3. Ich bin am Treffpunkt Delta. Hier ist was. Verstanden? Geht's auch etwas genauer, 1-3? Ich habe Beweise vor mir, dass an dieser Stelle Corporal Miller exekutiert wurde. Kamera und alles andere. Was zur Beschreibung. Da ist diese Figur. 1-3, bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Ich schicke sofort ein Team los. Vielen Dank. 1-3, die First Marine Division hat gerade das Ostviertel erobert. Die Schlacht um diese Stadt ist so gut wie zu Ende. Beenden wir sie heute. Verstanden. Ein schöner Gegner. Feuer. Für unseren Freund. Für Miller. Feuer. Feuer. Komm, da ist noch ein anderer. Ey, bin ich jetzt voll blind oder was? Ne, geht doch. Was ist das? Granate! Fuck, 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 fuck. Miller, du darfst mir nicht vor die Hunde gehen. Noch wer? Ich hab hier ein Infrarot-Gewehr. Ich hab hier ein Infrarot-Gewehr. Gesichert. Gehen wir. Was ist jetzt los? Irgendwelche Gegner? Ah. Es ergibt jetzt alles einen Sinn. Cole will Al-Bashir persönlich ergreifen. Er ist schon seit Jahren Captain und will dem Obermotzen zeigen, dass er es noch drauf hat. Er ist scharf auf eine Beförderung. Elender Arschkrieche. Ah. Ah. Hallo, Freunde. Euch kenn ich alle noch. Sind 200 Meter vom Zielgebäude entfernt. Müssen nur noch durch das Kaufhaus. Bereit? Ja, Sir. Dann mal los. Äh, Cole. Ah. Wenn die Kacke am Dampfen ist, nutzen wir dieses Gebiet als Rückzugspunkt. Dann mal weiter. Äh, Leute? Ich warte hier extra auf euch. Oder wollt ihr da rein? Ah. Gesichert. Oh nein. Große Höfe... Äh, Hinterhöfe sind nie gut. Wird man immer so schnell aus dem Hinterhalt erschossen. Metkovic, mein alter Freund. Jetzt geht's wieder hier rein. Okay. Update. Blackburn, Kampo, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhauseingang. Wir haben jetzt Al-Bashirs Standort bestätigt. Definitiv nicht. Wir brauchen Al-Bashir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei Bin Laden. Verstanden? Alles klar. Packen wir's an. Ach, Osama, der alte Freund. Dies ist ja vor der Hunde gegangen. Wir gehen rein. Also weiß jeder, dass die Story jetzt in der Realität, also heutzutage spielt. So, dann sind wir mal gespannt. Ich darf aufs Dach gehen mit unserem Freund Kampo. So. 1-4. 1-3 geht in Position. Verstanden. Gehen jetzt los. Geht Deckung berichtet. Out. So. 1-3 in Position und bereit. Over. Was nun? Ach, da laufen meine Marines? 1-1. Wir stecken bei der Mauer fest. Rechte Seite vom Pausenhof. Eine Wache arbeitet da an einem Generator oder so. Verstanden. Atem Sichtkontakt. Blackburn. Hab ich. Geht klar. Weiter. 1-4 auf der Straße. Rückt vor. Nehmt die LK links und bringt uns durch. Gewinnt ist sicher. Sicher? Ich höre hier doch einen Truck. Vergesst das. Scheinwerfer. Fahrzeug kommt auf mich zu. Alles okay. Rücken weit hervor. St. Thermobild zeigt zwei auf Amrisch im Erdgeschoss mit vermehrter Aktivität. Nehm uns zuerst das linke vor. Matkovic. Nimm einen Mann und bleib draußen. Gebt Ausdeckung. Kennung 1-1. Verstanden? 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 Wir geben euch Deckung. Rechte Seite. Erdgeschoss. Was schießt ihr? Oh, oh, hoi, hoi. Boah, Frame-Leg. Kollege. Erledigt. Hast du noch mehr? Jawoll. Ey. Hallo? Position 1 ist sicher. Position 2. Zwölf Uhr. Obere Stockwerke. Obere Stockwerke jetzt also schon. Ah, da. Nur der eine oder noch einer? Stirb. Nächstes kommt, wo ist ja der Nächste hier. Boah. Wenn ich jetzt vor die Hunde gehe, ne? Bin ich jetzt so blind? Wo schießt? Ah, da unten. Ja, dann macht mal. Stürmt mal die Wude. Ja, los. Komm. Ja, ich verteidige euch.